Applaus Herr Bundespräsident, guten Tag. Ja, da bin ich. Guten Tag. Bei wunderschönem Wetter mit so vielen wunderbaren Leuten. Das war ein Sinn, ne? Gestern waren wir ja hier mit einem Bürgerfest zugegangen, wo eingeladene Menschen, die freiwillig oft seit Jahren irgendetwas Schönes tun, hier eingeladen waren, fast 6000 Leute hier, und sagenhaft, es fing an zu regnen. Hat die Stimmung nicht versaut, weil die Leute sich so übereinander gefreut haben. Heute begrüße ich Sie alle und ich finde es schön, dass Sie Interesse haben an der Arbeit des Bundespräsidenten, aber auch daran, was Leute tun für dieses Land. Und das können Sie ein bisschen an den Ständen abfragen. Und der eine oder andere kriegt dann vielleicht auch eine Idee, wie er sich auch mal als Freiwilliger irgendwo einsetzen kann. Da bin ich dann zuversichtlich. Ja, da sind wir mit dem Thema. Es geht tatsächlich...